Pferd, dann Sattel, dann der Hut, die Jeanshose natürlich, die Stiefel und dann das Hemd. Ja, also mein Name ist Jenny Morlock. Ich gehöre dem Number One Team an. Das ist im Western-Reitt-Team einfach ein Haufen Freunde, der sich da zusammengefunden hat. Unsere Chefs sind Katja und Alfred, Rinderknecht-Rath, die Turnierorganisation. Ja, das ist eines der größten Qualifikationsturniere, die wir haben in Baden-Württemberg. Also wir organisieren Turniere der EEWU Baden-Württemberg. Es sind so ungefähr 250 Starter, die jetzt hier das Wochenende an den Start gehen. Und ja, wir haben parallel die Prüfung gelaufen, also wir haben zwei Richterteams da. Das ist jetzt die Qualifikationsklasse im Senior Trail. Da geht es darum, mit seinem Pferd einen vorgeschriebenen Parcours aus Stangen zu überwinden, in möglichst schöner Manier. Und das Pferd soll nicht die Stangen berühren. Hier wären die Prüfung quasi Raining, Western Horsemanship, Western Pleasure, Western Trail und dann noch einzelne Prüfungen wie zum Beispiel Super Horse. Da sind verschiedene kleine Prüfungen drin. Und noch eine Western Riding, das ist auch wie eine Dressur. Unser Ziel sollte eigentlich sein, in Harmonie und einzeln mit dem Pferd zu arbeiten und halt auch so die natürlichen Bedürfnisse vom Pferd nicht total aus dem Auge zu verlieren. Wobei natürlich auch in der Westernreiterei einige Disziplinen inzwischen, soll ich sagen, groß rausgekommen sind, in denen es dann schon auch mehr ums Aussehen geht. Und so mit Glitzerblinkis und so. Und vor allem die Frauen der Welt sind da halt gerne dabei. Las Vegas gekauft 1993. Und die habe ich jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal besohlen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Fakt nicht, sondern vor allem die Kader zu werden! Hicke dich ins ZDF, 2020 waves auf zu kommen. Wir wollen auf die Kader, in der Nähe zu lieben. Bis zum nächsten Mal.